Liebe Freunde, was ist geschehen, YouTube herzlich willkommen, wir sind wieder zurück und wir machen hier sofort weiter. The Search, wer Interesse an dem Spiel hat oder das gerne haben möchte, mich unterstützen möchte, unten in der Videobeschreibung ist ein Link zu meinem Spiele-Sponsor, von dem ich dieses Spiel habe. Da könnt ihr eigentlich reinschauen und euch das 15% günstiger kaufen, genug mit Werbung. Wir machen weiter. Wir waren ja letztes Mal, wir sind ja jetzt, wir haben jetzt den Boss besiegt in der letzten Folge und sind jetzt neu hier in dieser Station. Wo eigentlich nichts ist, oh Gott. Warte mal, da muss man runterfallen, das mag ich gar nicht. Wenn man irgendwo runterfallen muss, ich lasse es, irgendwo runterzufallen, von wo ich nicht weiß, wo ich bin, das ist immer, ich glaube eine der schlimmsten Sachen, die man haben kann ist, wenn man irgendwo ist, nicht weiß, wo man ist und dann irgendwo runterfallen soll. Und am Ende hat man dann den Salat und weiß nicht, wie man da wieder wegkommt. Hat der mich gesehen? Ja, ne? Jupp, der hat mich, der hat mich gerochen, aber, aber hart hat er mich gerochen. Aber der andere nicht, der andere ist weit weg. Wir brauchen deinen Kopf, Kollege. Schön. Was brauchen wir noch? Wir brauchen, äh, um, um Waffen und Rüstung zu verbessern, brauchen wir eigentlich alles, ne? Seht ihr? Mit der Energieanzeige können wir nämlich genau sehen, wie viel Energie wir noch brauchen, um in den Schädel abzuboxen. Ach, hier kommen wir sowieso nicht rein. Zugriff verweigert. Ja, ja, halt's Maul. Okay, die Tür ist put. Da kommen wir sowieso nicht rein. Ah, jetzt sind wir auf der Seite hier, alles klar. Ich weiß auf jeden Fall, wo wir jetzt sind. Hier könnten wir rauskommen zu unserer Kryo-Station da. Da kommen wir aber nicht hin, weil die Türen ja hier, obviously, kaputt sind. Was? Ew. Guck. Ja, komm mal her. Ähm, ja, okay. Ach, das vergesse ich immer wieder. Wir müssen echt mehr aufpassen. Ich bin zu greedy gerade. Und laufe hier wie so ein beschissener Vollidiot immer in die Leute rein. Hey, Schwede, bleib doch mal locker, Bruder. Ist doch alles in Ordnung. Jetzt hätte ich ihn Hurensohn genannt oder sowas. Hurensohn. Da reagiert er nicht drauf, ne? Ah, doch jetzt. Hm. Und. Runter mit dem Kopf. Nicht so weh beim Denken. Penner. So, wir haben den aus der Ecke gelockt. Ist da noch so ein Stinker in der Ecke? Nein, ist er nicht. Okay, ich weiß, hier ist so Kältezeug drinne. So Kryo-Kacke. Das machbar immer weiter ausdehnen. Was? So, was ist mit dem da? Okay, da ist noch einer. Okay. Den locken wir mal an. Zurück und Kopf. Aber. So lockt man die schön. Wenn die in der Horde stehen, schön one by one rauslocken. und ganz entspannt alles machen, Leute. Eine Eile. Das Spiel hetzt nicht. Ja, ist ja. Ja, ist ja. Ja, ja, ja. Du bist ja ganz gefährlich. So, dann lassen wir ihn mal an dem Dunst drinne. Ach, er kriegt da keinen Schaden von. Aber wir, oder was? Warum können wir ihn nicht abtrennen, den Kopf? Okay. Ich hätte ihn gerne den Kopf abgehauen. Ich hau gerne Köpfe ab. Ähm. Können wir irgendwas machen? Kaputte Tür. Da ist ein Eingang. Hier kommen wir nicht rein. Frankenstein, you're next. Okay, Frankenstein, du bist der Nächste. Das sieht so aus, als wenn wir irgendwas überbrücken müssten wieder. Hallo. Hallo. Und rüber ab. Wir müssen mal ein bisschen was sammeln, ne, Leute? Wir müssen ja auch ein bisschen behutsamer und vorsichtiger vorgehen. Okay, hier können wir irgendwo runter. Wir sind ja hier. Wir sind ja zu mäßig. Holy shit. Hier geht's aber weit nach unten. Wir müssen jetzt hier aber zur Abkürzung kommen, ja. Weil da steht Kryo dran, ne? Oh, wartet mal. Genau. Jetzt sind wir hier. Nice. Alles klar. Dann können wir die, äh, Gegner einmal kurz resetten. Gar nicht so schlimm. Wir bauen mal um. Solltest du nicht die Fresse halten. So, wir bauen hier mal einmal kurz um. Ähm. Die Dinger. Diese Erste-Hilfe-Pakete, die kleinen. Helfen einfach gar nicht mehr. Hier wird Gesundheit wiederhergestellt. Das ist MK3. Und das ist, äh, plus Energie. Erhöht die maximale Energie. Abhängig. Das ist nicht so wichtig. Das Problem ist jetzt. Was könnten wir mitnehmen, was für uns von Vorteil wäre? Der Ausdauer ist auch nicht so wichtig. Verbraucht, der löst Tonsignale aus. Okay, das kennen wir schon. Das nervt übertrieben ab. Ähm. Das ist Gesundheit-Wiederherstellung. Das ist MK3. 6. 6 pro Sekunde. Hatten wir nicht noch einen höheren? Nein, ne? Wir hatten MK3. 6 pro Sekunde. Ich nehme einmal das mit. Das ist das Gute. Und dann mal gucken. Wir haben ja noch so eins. Mal gucken, wie das... Wie das hilft. Wenn wir... Wenn wir Leben, äh, also... Leben so regeneriert. Wir könnten natürlich auch sowas mitnehmen, dass wir mehr Leben haben. Aber je mehr Leben wir haben, desto öfter müssen wir auch diese Dinger benutzen, um die aufzuladen. Im Endeffekt bringt es dann auch nichts. Verbraucht, der Kernleistung 1. Lädt einen Energieschub. Energiewiederherstellung 36. Damit könnten wir Energie herstellen. Gesundheitswiederherstellung. Regeneriert Leben, solange es niedrig ist. Das könnten wir eigentlich auch mal ausprobieren. Ich glaube, ich hatte das aber schon mal drinnen. Und ich habe nicht wirklich einen signifikanten Unterschied gemerkt. Guck mal, da können wir auch nochmal wechseln. Da hatten wir nämlich noch den billigen Lebensbalken drinnen. Was haben wir hier? Das ist Altmetallzunahme. Ja, dafür haben wir 20% mehr Altmetall. Da haben wir auch noch nichts besseres, oder? Ne, das haben wir nur... Da haben wir nur das. Eimer, schade. Wäre cool, wenn wir davon mehr hätten. Ähm, und sonst... Kernleistung plus 6. Genau, da hatten wir eins, dass wir 9 Kernleistungen haben. Und sonst ist eigentlich gar nichts, ne? Ne, sonst ist erstmal nichts Wichtiges dabei. Gesundheit wird wieder hergestellt. Dann gucken wir mal, wie sich das, äh... Ganz ehrlich, dann gucken wir mal, wie sich das macht. Wir haben schon wieder eine neue Waffe. Achso, ja, die Dinger. Die zwei Einhänder da. Wir haben schon ziemlich viele Waffen. Und wir benutzen trotzdem immer nur die eine hier. Ich würde halt gerne mal eine neue Einhänderwaffe finden. Aber es ist... Ist extrem schwierig, sowas zu bekommen. So. Jetzt will ich... Oh, ja, wir haben sehr viel bekommen. Das ist der neue Helm, so. Gefahren. Gefahren. Gefahren-Abwehr-Helm. Sentinel-Klasse. Liquid-Arm-Modul. Okay, das ist... Das gibt's als Set, oder ist das jetzt der einzelne Helm? Das ist halt das Problem. Ich hab davon noch wirklich nichts gesehen, was Set-mäßig aussieht. Hier bei Krio. Boom. Wurde auch nicht an einem Tag erbaut, Leute. So, wir haben jetzt sechsmal, äh, Lebensregel-Randation und... Uh, uh. Ganz ruhig, Cowboy. Ganz ruhig. Ja, wir wissen es. Du bist der Boss. Jetzt haut er nochmal nach unten. Und dann noch eine und noch eine. Jetzt kann er herkommen. Jetzt ist sein... Kopf will nicht weg. Da im Labor waren wir. Ne, da kommen wir nicht rein. Hier wollte ich mal kurz gucken. Ah, guck mal, hier können wir was über... Jetzt können wir da drüben rein. Der pennt, der eine da am Boden. Wir brauchen mehr Kopfteile auch noch. Aber der hat keinen Bock. Da hat er echt keinen Bock zu kommen. Leute, ich muss pinkeln. Ich pulle mir gleich in die Hose. Ich muss mich hier gerade vor konzentrieren, dass ich das anhalte. Solange ich das Video noch mache. Ich will nicht unterbrechen. Und ich bin keiner, der seine Videos cuttet oder sowas. Oh, nee. Das war nicht geplant. Das war nicht geplant. Wieso konntest du zuschlagen, wenn ich... Warte, was mache ich mit dir? Mistsaus. Jetzt gucken wir mal, wie gut die Regeneration ist. Ja, ein Balken hat's voll. Weil das regeneriert ja keine sechs Sekunden. Das regeneriert so lang... Es regeneriert sechs pro Sekunde. Und es regen... Und es regeneriert so lange, wie das Ding läuft. Okay, das ist ziemlich gut. Nach einem Kampf zum Beispiel kann man das echt super benutzen. So viel. Und... Gib mir deinen Arm. Ich geb dir meinen. What's? Was kriegen wir hier überhaupt? MK2? Gut. MK2 brauchen wir. Wir brauchen aber eigentlich auch MK1. Okay. Hier geht einfach nur ein Fahrstuhl. Warte mal. Bevor wir jetzt den Lift hier benutzen. Wir waren ja... Hier, ne? Hier können wir runter. Da geht's dann zum Ausgang. Aber wo geht's hier hin? Wo geht's hier hin, Leute? Da raut wieder einer seinen Schädel gegen die Wand. Nano-Produktionshalle. Ist hier sonst noch einer außer der Typ, der sich da mit der Wand... Also mit dem Kopf gegen die Wand prügelt? Ah, sie sind früh dran. Nun gut, sehr gut. Sehr effizient. Ich hoffe, es ist alles zu ihrer Zufriedenheit. Was ist denn das da hinten für ein Ding? Was hinter ihm steht? Alles in Butter hier. Alles läuft glatt. Korrekt und fristgerecht. Nun, ich werde mich gleich zu ihm gesellen. Muss mich noch rasch umwaschen. Sie wissen schon. Ich glaube, er ist auch einer... Er denkt die ganze Zeit, wir kontrollieren immer irgendwas oder wollen irgendwas überprüfen. Und dann schließt er ab und ist weg. Was ist mit ihm hier? Von gehen die Schmerzen aber auch nicht weg, Kollege? Und schwupp, und arm ist er. Ich liebe diese Moves. Das Game ist einfach... Das ist einfach so geil, das Spiel. Das ist... Ähm, ja. So, wartet mal. Da möchte ich jetzt aber noch nicht runter. Da hinten geht nämlich auch noch ein Weg längs. Das heißt, hier gibt es zwei Wege schon. Zwei Wege, die man nehmen kann. Das ist echt ätzend. Ich hasse sowas. Irgendwie kann man da drauf laufen. Irgendwie kann man darauf laufen. Und ich weiß auch nicht... Sollen wir den Weg nehmen? Sollen wir den anderen Weg nehmen? Ey, zwei Wege sind halt immer richtig AIDS, ne? Weil man nicht weiß, welchen Weg man gehen soll. Man sieht auch nicht durch, Alter. Das ist halt einfach... Mach doch mal Tür auf hier. Wir müssen auch nochmal ganz zurück. Ihr wisst ja noch, dieses Gas... ...die da... Wer macht da irgendwas? Da ist noch ein anderer Kollege. Hat der eine neue Rüstung an? Hopp. Und hopp. Uh, alter. Okay, der hält nichts aus. Der hat... Seine Rüstung ist zu weich. Das heißt, wir sollten bei dem Kollegen... ...irgendwann mal die Rüstung wechseln. Die sind da drinnen. Kommen die da raus? Okay, wartet mal. Terminal verwenden, um die damit verbundenen Türen zu öffnen. Was? Push the button. Push... Ja, don't. Ach so, don't push the button. Ja, dann machen wir das doch. Wissen wir doch. Gerade wenn da steht, don't push the button. Dann erst recht. Hier gibt es tolle Sachen. Was ist das? Vitalin Injektor Volume 3. Bitte sag mir jetzt, wir haben nochmal so einen gefunden. Ja man, wir haben noch... Oh mein Gott. Das ist natürlich pervers. Also der Fund ist Jackpot. Podjack. Ja, nice. Wir haben noch so einen. Das heißt, wir haben jetzt drei, sechs, neun. Neun. Neun von den sehr, sehr starken. Das heißt, wir nehmen ein Lebensregenerationsgerät nämlich raus. Alter, pervers. Das ist... Das hat sich gelohnt. Das ist mehr als gut, Leute. Was ist denn hier? Warte mal da drüben. Ob man denn da hin, Alter. Verarschen. Da können wir doch von hier nicht rüber laufen, oder? Wo sind wir hier, Alter? Den können wir nicht aufmachen. Da sind wieder diese Feuerwehr Boys. Alter, ich will da oben rauf. Aber wie kommt man da hin? Lol. Okay, wir machen mal hier einfach auf. Oh, das sieht ja sehr einladend hier aus. Steht auch schon ein Kollege in der Ecke. Genau. Das, das habe ich mir nämlich gedacht. Einer steht hier. Au. Au, au, Alter. Willst du mich verarschen, Mann? Konnt dem nichts entgegensetzen gerade. Der hat mich gerade totgeprügelt. Oh. Ah. Fields, Batman. So, das haben wir auf jeden Fall mal. Alter, krass. Wir können das nicht bauen, weil wir keinen MK1 hier finden. Pass auf dich auf. Müsst ihr euch mal vorstellen, wie schlecht das eigentlich ist. Wir können nicht mal Dings bauen. So, wir müssen den einen Fahrstuhl hoch und dann gleich den anderen Fahrstuhl auf der rechten Seite wieder runter. Das, ob wir die, ob wir das Altmetall jetzt kriegen oder nicht, ist eigentlich relativ Wumpe. Weil wir hätten das Implantat noch wechseln sollen. Den Kollegen lassen wir einfach mal stehen. Die tun ja eh nichts. Ja, genau. Hier ist Coyote Ugly, der sich Kopf gegen die Wand bollert. So, der ist tot. So, dann kommen wir hier diesen Weg längs, wo wir runterfahren. Dann kommen diese zwei Roboter und der eine Idiot von vorne. Oh. Hi-oh. Das große Problem, was wir haben, ist, dass die jetzt nicht mehr eingesperrt sind. Oh Gott, wir haben es geschafft. Holy shit. Wir haben es geschafft. Wir sind einfach von da nach da gesprungen, alter. Krasse Kacke. Ähm. B. Mal ein bisschen hier aufladen. Das müsste jetzt eine Abkürzung sein, oder? Wir machen mal das Licht aus. Neue Nachricht. Und hier ist noch was. Warte, was ist hier? Hier ist eine Nachricht. Ist ein harter Brocken. Die haben hier oben alles eng unter Verschluss. Aber ich habe versprochen, ihnen was zu beschaffen. Ist nicht viel, aber immerhin etwas. Utopia ist eine synthetische Variante von Resolve. Hyperaggressiv. Die Chemikalienverteilung basiert auf Nanites. Die glauben, das wird ein Schuss, ein Treffer und alle Probleme sind gelöst. Aber es wird nachlässig. Feitschen ist durch. Nur Barrett überprüft die Tests. Es gibt keinerlei Aufsicht. Und da ist noch ein. Ein Nebenprojekt, mit dem er sich befasst. Ich weiß nur, dass es um irgendwelche High-End-Cybernetics geht. Er sammelt schon seit Monaten drei Dinge. Okay. So, wir haben ein neues Schema bekommen, liebe Freunde. Was ist das denn? Gefahren-Abwehr-Arm-Modul-Zerstörer. Wird an der Montageeinheit automatisch wiederverwertet. Kraft-Regulator MK3. Krass. Und jetzt das Audio-Log? Ist ein harter Brocken. Die haben hier oben alles eng unter Verschluss. Aber ich habe versprochen, ihnen was zu beschaffen. Ist nicht viel, aber immerhin etwas. Utopia ist eine synthetische Variante von Resolve. Hyperaggressiv. Die Chemikalienverteilung basiert auf Nanites. Die glauben, das wird ein Schuss, ein Treffer und alle Probleme sind gelöst. Aber sie sind nachlässig. Peitschen ist durch. Nur Barrett überprüft die Tests. Es gibt keinerlei Aufsicht. Und da ist noch was. Ein Nebenprojekt, mit dem er sich befasst. Ich weiß nur, dass es um irgendwelche High-End-Cybernetics geht. Ich sammle schon seit Monaten Freiwillige. Okay, hier soll es irgendwo hingehen, Leute. Raum der globalen Zukunft. Problem ist, wir müssen diese Drohne töten. Holy shit. Jesus Christ. Scheiß. Er dreht richtig durch. Und ich weiß, wir kommen da rein, wenn wir da oben noch die Drohne ran ditschen. Aber wartet mal ab. Wir müssen erstmal Kojote hässlich und Detlef da töten. Alter, und das sind zwei in einem Raum. Komm, läck mich am Arsch. Wichser, Alter. Holy shit. Okay, das war richtig mies, ja? Wieso hinzustellen, wenn man da um die Ecke geht? Das ist echt abgefuckt, Mann. Das ist richtig abgefuckt. Aber die wissen, wie man Leute richtig abfuckt, ne? Was war das? Ein Quadhaufen aus seltenen Materialien. Ich hab mir schon gedacht, ich hab irgendwas gehört, was da nicht hingehört in die Ecke, ja? So, wir lassen mal die Lebens... Boah, das Gaszeug hier, Alter. Und wir müssen echt aufpassen, dass die Dinger hier nicht kaputt gehen. Und das ist wieder witzig. Leichter gesagt als getan, ne? Wollen wir aber da weitergehen? Ich will meine Drohne das mal überbrücken. Ich will mal einmal kurz gucken, was hier ist. Da drüben geht irgendjemand. Warte mal, hier sind diese Feuer-Idioten. Und zwar nicht zu knapp, Alter. Ne, da will ich noch nicht runter, da geh ich auch noch nicht runter. Fuck you. Ich geh jetzt erstmal hier kurz längs. Weil ich glaube, hier eine Abkürzung zu... ...zu sehen. Mal da unten. Da sind richtig viele Gegner. Alter, ist das schwer. Wenn zu viele auf einmal sind, ne? Und man kann die nicht ausfiltern. Das ist so eklig. Da ist wieder noch einer. Ich will mal gucken, weil er hat ja diese Maske auf. Ob die Kleidung, die er trägt, auch eine andere ist. Da ist auch so eine verfickte Drohne dabei. Das heißt, wir müssen dem mal gucken, wie der Laufweg ist. Und dem von hinten mal so ein bisschen in den Rücken treten. Weil ich glaube, ihn selber... ...können wir nicht anbloggen. Nur seine Drohne, glaube ich. Die Drohne müssen wir... Die Drohne muss weg. Haben wir ein Megaproblem. Wenn die Drohne nicht stirbt, dann... Das wird einfach zu schwierig sonst. So schön die Lebensregeneration benutzen. Vorher wir den Lebensboost usen. Gucken wir mal, ob wir ihn den Arm abtrennen können. Nein, das wird nix. Da haben wir leider zu wenig auf den Arm eingeprüttet. Hier ist wieder irgendwas. Hört ihr das? Oder war das jetzt gerade von ihm einfach nur... Abkürzung. So. Nächste Abkürzung freigespielt. Müssen wir uns merken, dass wir hier hochgehen müssen, um da hinzukommen. Hier bei Creo arbeiten unsere Wissenschaftler Tag und Nacht, um die Grundlagen von Jonah Guttenbergs großer Visio... Dies ist keine genehmigte Pause. Jupp. Ich mache aber die Pause, so wie ich sie gerne hätte. Kauen wir das erstmal wieder rein. Implantate wechseln. Wir brauchen... Wir müssen auf jeden Fall ein von diesen... Ja, davon haben wir sogar nur eins drin. Ne, wir haben zwei davon drin. Gut. Dann nehmen wir eins raus. Und packen noch einen Boost rein. Jetzt haben wir nämlich drei, sechs, neun Stück davon. Und unsere Kernleistung ist voll. Mehr geht nicht. Wir haben unseren Anzug ausgereizt. Wir haben aber noch was Neues gekriegt. Da war noch was Neues. MK3 Kernleistung. Gesundheit wiederherstellen. 50. Ja, das bringt nicht so viel. Das macht man dann mit Energie und so. Nicht wert. Elementarschaden. Bonus auf Elementarschaden. Elementarschaden. Das ist auch nicht so gut. Habe ich alles schon getestet. Diese Erste-Hilfe-Dinger sind auch nicht so toll. Ähm. Kernleistung brauchen wir erstmal nicht erhöhen. Hier erstmal alles umwandeln. Das, was wir so gefunden haben. Und ich überlege halt die ganze Zeit, ob der Anzug, ne, den wir da gekriegt haben. Also dieser Helm. Ob das wirklich ein komplett eigener Anzug ist. Bei der Herstellung. Der da. Ja, guck mal. Gefahrenabwehr. Ah, doch, ja. Gefahrenabwehr-A-Modul. Und Gefahrenabwehr-Helm. Das heißt, jeder, der diesen Helm trägt, den können wir auch was abhacken und kriegen dann so ein Gefahren-Gutanzug. Aber dafür brauchen wir halt noch MK1, ne. Wir haben halt einfach gar kein MK1. Wir müssten instant MK2 herstellen. Weil wir davon einfach zu viel haben. Und MK1 können wir nicht. Das hat natürlich ein bisschen AIDS auch wieder. MK1 können wir herstellen. MK2 und MK3 nicht. Ja. So sieht's aus, Freunde. Dann sag ich danke fürs Zusehen. Wir sehen uns auf jeden Fall in der nächsten Folge zu The Surge wieder. Danke fürs Zusehen. Bis dahin. Tschüss.